How to mit neurotypischen Menschen reden. Erstens, langsam und deutlich sprechen, als würdest du mit einem Kind reden. Sie verstehen dich sonst nicht. Zweitens, starre sie an. Nicht weggucken. Und ohne zu blinzeln. Drittens, spreche ausschließlich metaphorisch anstatt konkret. Viertens, fake ein Lachen. Selbst wenn du innerlich tot bist. Neurotypische Menschen lieben das. Fünftens, stelle geheime Gesprächsregeln auf. Kommuniziere diese nicht und werde wütend, wenn neurotypische Menschen diese brechen. Pro-Tip. Cis-Menschen misgendern. Statt Frau sprichst du Cis-Frauen mit Herr an und umgekehrt. Cis-Menschen scheinen das zu mögen.